Stefan, die haben uns hier von Potti den Wagen gegeben, aber ich glaube, irgendwas stimmt da mit dem Blinker nicht. Guck mal bitte. Ja, geht. Geht nicht. Geht. Geht nicht. Geht. Geht nicht. Geht. Nicht. Was soll das denn? Ein Wackelkontakt, glaube ich. Aber ich blinke sowieso nicht mehr aus Datenschutzgründen. Nee, braucht keiner wissen, wo wir ihn wollen. Finde ich auch. Alles klar, das Fahren.